Hallo und herzlich willkommen bei Witzpair83. Ich habe eine Postkarte heute gekriegt von HoneyFatMörlin. Hier sieht man ihr Bild. Und sie hat reingeschrieben und das mache ich natürlich auf einer Knudelsart. Hallo Olli, komm mal. Ich wollte dir auf diesem Wege einfach nur mal Danke sagen, Punkt, dafür, dass du immer für mich da bist, Komma, und mir auch immer zuhören tust, wenn ich etwas zu sagen habe, Punkt. Ich habe dich sehr lieb, Herz. Bumm, 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 dicken Kuss. Deine Prinzessin Honey. Dankeschön, sage ich dazu. Das hat die 45 Cent gekostet, ne? Danke. Tschüss. Das hat die 45 Cent gekostet, ne? Tschüss.